Es ist keine Wanze, die sich bei uns in der Küche eingenistet hat, sondern eine Rappe. Und sie ist unter uns. Die Pistole wird ihm in den Mund geschoben und dann dauert es seine Zeit, bis es klagmacht. Ich muss auf alles gefasst sein. Ja, nun haben wir nur Sorgen, dass du so ein geiler bist du, ja. Wie brennt es, Salradora? Lichterlob. Halt dein Holz trocken, Salradora? Halt dein Holz trocken, Gäser. Sagen Sie, wir werden sagen, sie war doch eine Monopularmaschine im Spiel. Exakt. Bon Appetit, Monsieur. Merci, Björn. Italo-Rumänische Auszeit. So bald sind wir schon. Auch die Gangster wollen etwas morgen lesen kriegen. Was zum Beispiel geht dir vor? Du bist auf dem Manarara. Gesund und am Leben. Aber es wird Zeit, der Welt eine völlig neue, hochwertige Kost zu servieren. Höchste Zeit, Gäser.